Okay, ich habe gerade ein Angebot vor meinem Chat bekommen. Was denn? 10 Millionen zu Al Nasser. Für 10 Millionen zu Al Nasser. Also bei mir auch, da haben die mich so ernsthaft gefragt, ob ich das Angebot annehmen würde von Ronaldo. Also für zwei Jahre Fußball spielen in Riyadh für 400 Millionen, da habe ich denen auch gesagt, hör mal zu, für zwei Jahre in Riyadh, da würde ich auch, Digger, da würde ich dir, da würde ich dir, keine Ahnung, ich würde hier verrückte Sachen machen für 400 Millionen, zwei Jahre in Riyadh. Ich habe dir gesagt, dann gibt es eine POV-Aufnahme von Ronaldo, seiner Boxershort. Ja, ehrlich, also ich würde mir Al Nasser auf die Stirn tätowieren, Chat. Ja, aber würdest du an Ronaldo seiner Stelle? Nein, an Ronaldo seiner Stelle nicht, aber an meiner Stelle jetzt, sorry, Delay Sports, da ist es halt so. Sorry, Delay Sports, dann ist es halt so. Also zwei Jahre, also zwei Jahre, aber an Ronaldo seiner Stelle hätte ich es nicht gemacht. Wäre nicht. Ja, aber mir haben voll viele geschrieben, ob ich es machen würde. Ja, wie nice. Ich bin du? Ja, du bist ich. Und du hast uns das Angebot. Und ich kriege ein Angebot von denen, zwei Jahre, Jahresgehalt, 10 Millionen. Ähm, ich glaube, dann würde ich mir ein Arabisch-Wörterbuch holen und sagen, Salamu Aleikum, ich bin hier. Aleikum Salam, Elijjala, man. Alleine, Bro, ich würde sogar, soll ich dir mal was sagen? Jetzt zu Al Nasser würde ich dir sogar empfehlen, umsonst. Ja, wegen Vlogs und so. Wegen Krisch, da gehst du zu dem hin, sagst du mir immer zu, wie sieht es denn aus? Hä? Dann würde ich da hingehen und machst ein bisschen mit Krisch ein, hä? Ja, diese lockere Profilwelt, weißt du? Boah, Digga, das ist ja so krass. Stell dir mal vor, du machst so einen Vlog, du machst so einen Vlog und dann ist er einfach so Ronaldo. Und du sagst, du machst so einen Joke mit dem Video und du dir die Hand gibst, so. Hey, Bro. Und dann sagt er so, dann sagt er so, auf richtig, du sagst ihm so auf Deutsch, was er sagen soll, so. Lasten, voll, und dann sagt er das so richtig schlecht, so mit so richtig schlechtem Deutsch. Sei ehrlich, wie oft würdest du zu Spielen kommen? Ja, Bro, ich würde mir da eine Wohnung holen, glaube ich. Kann sein. Also, sorry, da würde ich dann, also, das wäre... Heute haben wir eine Fußball-Challenge mit Krisch. Krisch, Fußball-Challenge mit Krisch. Das wäre so verrückt, ne? Ah! Das wäre wirklich cool. Ja, eine Dauerkarte, jetzt auf Instagram.